hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bad was mit mir dem torben und mit dem tobi hi tobi wir spielen auf der map vulcano grüß 4x4 ist eine map die wir übelst lange nicht mehr gespielt haben und mit dabei sind auch noch die zwei aus unserem clan da unten in den kommentaren ach in tabs seht ihr die im team gab ja also leute ihr müsst einfach nur im clan sein und online sein wenn wir online sind dann habt ihr die chance mit uns zu spielen natürlich nicht jedes mal aber manchmal manchmal denken wir es dann so ja komm aus der ist meine klaren party raus nicht so also hat jetzt so oder so probleme ich kann ja schon mal ich kann ja schon mal richtig raushauen in die mitte soll was man aber auch wieder man darf ja nicht übertreiben wenn man so in kleinen schritten anfangen solo hat einfach ein rage quit gemacht weil der hatte einfach zu gutes equip gerade und ist dann gestorben ich musste schief drücken so habe ich auch direkt das gold gesnäselt und dann bauen wir uns mal in kleinen schritten ach alles klar team blau hat einfach nur noch zwei spieler jch jj ich bitte nicht asozial schauablabla das macht man so achso nein das ist asozial also social ja aber du kriegst einfach nichts vom eis Ja, ich weiß, das ist mir gerade eingefallen. Because it's a mad world. Du kannst nicht singen. Ja und, dafür hab ich halt ne Ohrwurm. Ich hab mir ne Hose gekauft hier. Ich hab da die ganze Hose gekauft. Seit Samstag bin ich durchgehend am Summen, Alter. Ich raste aus. Ich dachte doch, das hat dir nicht gut getan. Doch, das war übelgeil, Alter. Sobald irgendwie... Alles klar, das war ein guter Versuch. Hat leider nicht ganz funktioniert. Jetzt kick ich den gleich aus der Party, ne? Nein. Chillig. Kick ihn mal, wär richtig witzig. Ja, meinst du? Richtig witzig. Ist gar kein Ding. Sowas mach ich mit meiner linken Hand, die ich tatsächlich heute in Minecraft haben will. Ich hab ihn wieder dort gesteckt. Traurig. Tobi. Den auch. Oh, mein P-Skill kommt zurück. Bald werde ich einfach tatsächlich die linke Hand in Minecraft haben. Ist das bittere? Spendet jetzt Bronze. Nein! Spendet einfach Geld an mich. Nein, nein. Spendet jetzt Bronze. Aber... Ich weiß noch nicht, ob es beim Livestream die Möglichkeit gibt, zu spenden oder ob ich das sein, weißt du? Also, dass man so, wenn man dann halt beim Livestream spendet, dann so live da oben drin verlinkt wird. Also, so. Erwähnt wird. You mean sub. Da ist ein roter. 3. Äh. Warte mal. Äh. I don't want to lose this now. Cause it's a mad. Es leckt. Right. Hab ihn. Wiii. 3. Bronze. So, Party Kick. Neontix. So. Neontix hat die Party verlassen. Genau. Ja, hat er doch. Ja. Was denn? Das waren nur leicht zu viel gespammen. Also, Leute. Das dürft ihr euch natürlich nicht erlauben lassen. Er darf natürlich noch weiter, weil das spielen kann. Ernsthaft. Also, nur. Ernsthaft, Tobi. Are you fucking serious? Lemon. Ehm. Are you kidding me? Ja. Hast du es gemacht? Are you kidding me? Are you kidding? Kiiii. Kidding. 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 Kidding me. Ja, tut mir leid. Er schreit mich. Passt grad an. Das war witzig. Echt mal ein Problem. Ah, das müssen wir uns doch nicht ertragen. Eben. Mach da ein Smiley hinter. Oder, ah ne, du kennst ihn ja persönlich. Du kennst ihn ja persönlich. Stimmt. Dann ist okay. Sonst wär ich jetzt ein bisschen mad auf dich gewesen, weil es ist ja eine mad world. Und es ist verrückt, wie du die Bühne machst. Warte, warte, ich schlag dich gleich. Warte, warte, ich schlag dich gleich. Und es ist verrückt. Und es ist verrückt. Und es ist verrückt. Dick getrollt. Dick getrollt. Dick getrollt hab ich es dir. Blowt einfach ganze einen Spieler. Wow. Pretty amazing. Und der ist gerade gestorben. Ja. Impressiv. Naja, eigentlich durch einen Tobi. Also, quasi richtig. Das ist traurig, weil ich war gerade. Bleu, wie er einfach ruhe schreibt. Ich war gerade auf dem Weg zu Blau. Wie bitter dieses Leben doch ist. Surprise, I'm Tobi. Was? Alter, diese I'm Tobi. Nein. Ich kam. Und er gab mir die Kombo seines Lebens. Leu. Ein grüner kommt, Leute. Schreibt mal nicht so viel, Tobi. Ignorieren jetzt einfach. Ich schreibe gerade nicht. Ich bin gerade am Bogenschießen. Ja, schieß mal lieber auf den einen grünen, der gerade zu unserem Bett geht. Auf den einen grünen. Ich bin bei in der Mitte. Ja, dann geh zu uns. Wir können nichts gegen ihn machen. Warum? Weil der sich hoch baut, Tobi. Okay, jetzt kommt er runter. Irgendjemand hat ihn abgeschossen. Okay, er baut sich wieder hoch. Ach, Alter. Soll ich jetzt kommen, oder nicht? Ja, natürlich. Okay, zu spät. Der macht uns. Ich denke, hat dir das Bett zugebaut, oder? Doch, der macht uns trotzdem. Der ist schon da. Ja, was soll ich tun? Zu spät. Ja, direkt kommen, wenn ich sage, komm. Ich bin hier nochmal runtergefallen. Das war's. Nächstes Mal. Ich bin hier mal, weißt du? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Was hat Katzi da getan, Alter? Ich hab ihn noch. Ich komm hin noch. Ich komm hoch. Komm hoch. Ja, ja! Ja, Box hin. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Habe ihn. Tick. Darf man easy schreiben? Nein, darf man nicht. Habe ich drei Stunden Chatband für bekommen. Easy. Easy. Achso, wahrscheinlich im Teamchat darfst du easy schreiben. Ich habe easy geschrieben, nicht easy. Wer baut am Bett? Aber im Teamchat darfst du wahrscheinlich auch easy schreiben. Wer baut am Bett? Ich glaube die D-Kati. Wo hast du gehört? Die D-Kati, verstehst du? Weil sie heißt ja einfach D-Kati. Ich habe dem so eine gute Kombo gegeben. Und dann töte er mich mit seinem Eisenschwert. Ich habe ihn drei Stegen ineinander ausgeteilt. Oh, das ist so geil. Er hatte kein Eisenschwert. Er hatte eins. Das kann ich bezeugen. Go in the middle and see it by yourself. Hol mich raus. Springen. Springen, nice. Du hast mich nicht mehr... Ach mal ein... Oder hast du keine... Achso, ich... Moment. Ich habe erst Opfer gelesen. Er ist einfach so runtergefallen. So richtig mad. Weil es ist ja eine Mad World. Boah, Junge. Ich baue dich jetzt hier ins Zen nur noch um. Da ist er wieder, der Grüne. Ich habe ihn. Endlich. Er hatte es nicht anders verdient. Als von mir getötet zu werden. Leil, er rennt einfach zum falschen Team. Wir sind voll fast. Er fühlt sich benachteiligt. Sehr schön. So wollen wir das haben von unseren Abonnenten. Genau dieses Gefühl wollen wir ausdrücken in ihm. Ich brauche nur zwei Gold. Mann, Tobi, jetzt hör auf. Ignorieren. Ignorieren. Aber er schlägt mich sonst. Ja. Wahrscheinlich. Wir sind in der anderen. Wenn er jetzt in die Partei von Britas nicht fehlt, weißt du. Wow. Kadi. You're pretty amazing. Hintermisse grüner. Nein. Ich weiß. Hätte ich dir sagen können. Ja, danke für die Information. Ich hatte einfach vier Gold. Vier. Kennst du dieses Gefühl? Ich habe ihn aber auch getötet. Kennst du diesen Hall Entertainment, man? Wenn du vier Gold hast. Horst. Horst. Wenn es Freitag ist. Und du einfach mal wieder dein Leben genießen willst. Jetzt Tobi, keine Antwort. Leil. Ad Wallack. No comment. Wallack. Ad Wallack. Hilfe. Er konnte mich sehen. Obwohl ich gesneakt habe. Einfach Wallack in Minecraft. Du meinst. Ad Wallack. Hilfe. X-Reihe. Schön abgestaubt, Tobi. Ich habe so viel Leben ihm abgezogen mit meinem Stock. Und dann. Ich habe gar keinen. Ach, das war ein Nontix. Neontix. T-Vontix. Tobi wurde getötet. Ja, von Neontix. Der den runtergebellt hat. Äh, Kati oder Nontix ran zu gelb. Ja, wahrscheinlich Kati. Wir sind leider gelb, Tobi. Ist doch ein Problem. Äh, der zu rot war nicht. Mein Gott. Äh, Torben reicht für dich. Gut, jetzt mein Freund. Ja, ich weiß. That's me. Mein Name ist Torben. Ich bin 16 Jahre alt. Da klappt ja noch keiner, ey. Und von Germany. Von Gelsenkirchen in Germany. Wow. Ich würde gerne rot machen. I've got a bow. Endlich. Das erste Mal in der Runde. Ja, man. I'm so happy. To, äh, get this chance. To go on my way. And leave my life. Like I'm supposed to do. Ähm, Tobi. Und die Runde zu Ende bringen. Gar kein Problem. Rot. Ähm. Skilled's LP. Wurde getötet. Schärfte Kati. Also die Kati ist auf jeden Fall. Eine Killerin. Eine, eine Killerin. Und eine Killerin. Ich denke, diese beiden Dinge kann man gleichsetzen. Hallo Kati. Lässt mir auch noch was übrig. Hi. Na, 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 Kati. Kati, hier hat jemand was gebaut. Ich glaube, der ist noch in seinem Ding drin. Nee, nicht so. Ich schwöre, der baut hier irgendwo. Ich hör das. Du weißt aber schon, dass der dich nicht werden kann. Locker da oben. Sagst du es. Da ist es. Ein roter. Da ist es. Lass mich zu rot. Er hat mich runtergeboxt. Du bist so ein Spitz. Ähm, nein, ich bin ja nicht tot oder so. Ich hab ihn. Tschüss. Ich dachte, ich werfe das Gott jetzt hier runter. But it's crazy. Hast du eigentlich meinen Bruder gerade reinrennen gehört? Wenn er so gestehen hat. Ich hasse es. Ich sag, ich nehme auf. Er sagt, okay. Und dann rennt er jetzt einfach trotzdem rein. Warum schießt ihr auf uns? Wird auf uns zu schießen. Das ist die Kati. Ich meine natürlich die, die Kati. Oh, oh. Crazy how you make the bad turn to amazing. Okay. I stop doing this. I'm not going to do this anymore. Okay, Toby. I'm at Team Red. Ja, tötet die einfach neu, ich hab die richtig getreut. Oh, ne Spaß, Alter, das war... Vielleicht krieg ich wieder die Nachricht, du verkackter Boss-Spammer, du Mutter-Arschloch. Ach, ich esse jetzt mal ein Steak. Nein, Tobi, mach mal ab. Sonst, ich will die Kills haben hier. Sonst kommt die Kati gleich noch. Wo ist denn das Bettraum? Tobi, mach jetzt. Wo ist das Bett? Ich hol mir das. Ich weiß nicht, wo das Bett ist. Alles klar, ich baue mich außen hoch. Das ist doch ganz oben, ne? Jetzt, hau rein mal. Tobi, das hast du so dermaßen verdient. Also... Ja, unten, schön unten, wo unten. Der ist irgendwo hier lang gerannt. Irgendwo out hier. Ah, ich hab ihn. Nein, da ist er nicht. Er ist auf der linken Seite. Du picken sie. Ja. Ich war gerade halt hier vorbei. Geil, 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 geil. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst den Leak-Button oben. Ähm, dann abonniert, falls ihr Bock habt. Und wenn ihr keinen Bock habt, abonniert uns trotzdem. Genau. Das ist einfach immer eine gute Wahl. Und dann sehen wir uns morgen wieder, Leute. Bis dahin, haut da rein. Und... Und tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. ostoんで...